Aber tatsächlich ist es auch jetzt schon geregelt, da braucht es dieses neue Selbstbestimmungsrecht überhaupt nicht dazu. Jetzt gibt es Hausrecht. Und wenn eine Frauensauna sagt, wir lassen dich hier nicht rein, aus welchem Grund auch immer, dann kommt die Person da nicht rein. Genauso könnte auch jetzt schon ein Mann sagen und an der Tür klopfen bei der Frauensauna und sagen, hey, ich will hier aber gerne rein. Dann würde auch jemand sagen, nee, das machen wir nicht. Das hat jetzt eher damit zu tun, dass plötzlich so öffentlich über Geschlecht diskutiert wird. Und was macht eigentlich Männer aus, was macht Frauen aus, dass das plötzlich so in den Fokus gerät, wobei ich das ehrlich gesagt ein bisschen an den Haaren herbeigezogen finde. Also dieses neue Gesetz könnte einiges echt sehr viel leichter machen für Transpersonen. Ich finde, Jankas Geschichte zeigt ja auch ganz eindrücklich, wie belastend dieser Prozess, das Geschlecht offiziell zu ändern, bisher abgelaufen ist. Also diese Fragen über das Intimleben und die psychologische Begutachtung, das ist ja immer noch die ganz normale Vorgehensweise. Seit über 40 Jahren, seit es dieses Gesetz gibt. Wie ist denn da jetzt der Stand der Dinge? Wichtiger Punkt, wir reden erstmal nur über einen Entwurf. Es gibt noch kein Gesetz. Und selbst dieser Entwurf wurde noch nicht vorgestellt. Alles, was es bisher gibt, ist ein Eckpunktepapier. Künftig soll jeder Mensch in Deutschland Geschlecht und Vornamen für sich selbst festlegen können. Fühlt er sich bisher falsch zugeordnet, soll eine Änderung in den Registern ohne langwierige, beteilige Verfahren möglich sein. Mit einem neuen Selbstbestimmungsgesetz will die Bundesregierung das mehr als 40 Jahre alte transsexuellen Gesetz reformieren. Da steht es gut, dass es so ein Verwaltungsakt werden soll, dass man einfach aufs Amt geht, sagt, ja, ich möchte hier Vornamen und Personenstand ändern. Dann wird das alles aufgenommen und dann wird es geändert. Das bedeutet also einen juristischen Akt, ein formaler Akt. Und es genügt der Antrag zu sagen, mein Name ist so und so und ich habe das und das Geschlecht. Dieser formaler Akt geht einher mit dem Wissen und der tiefen Überzeugung, dass letztendlich niemand außer der Person selbst wirklich sagen kann, was für ein Geschlechtswert, wie sie sich empfindet. Dann stehen da noch ein paar Regelungen drin für 14- bis 18-jährige Kinder. Die können diesen Antrag zwar selbst stellen, aber die Erziehungsberechtigten müssen dann beide zustimmen. Unter 14-Jährigen ist dann ein bisschen komplizierter. Also das steht da soweit alles geregelt drin. Wie dieses Gesetz genau aussieht und dieser Entwurf, das wissen wir auch nicht. Aktuell arbeiten da vor allem das Bundesjustizministerium und das Bundesfamilienministerium dran. Das sind die führenden Ministerien, die dafür verantwortlich sind. Und die treiben das voran und jetzt heißt schon seit einiger Zeit, also letztes Jahr wurde dieses Eckpunktepapier vorgestellt, wann kommt denn jetzt mal endlich dieser Entwurf? Ich hätte gehofft, dass wir eigentlich schon viel weiter sind, dass jetzt nicht nur die Eckpunkte da sind, sondern dass das auch das Papier inzwischen veröffentlicht wäre, und wir dann an dem Papier diskutieren könnten und ich finde die Argumente der Gegenseite zum Teil wirklich an den Haaren herbeigezogen. Lass uns nochmal auf Yanka Krüter schauen und auf den Gerichtsprozess, den hatte ich ja am Anfang kurz angesprochen. Ihr erinnert euch, Yanka hat ihre Namens- und Geschlechtsanpassung schon in den 80er Jahren offiziell gemacht. Sie profitiert von dem neuen Selbstbestimmungsgesetz, also nicht mehr direkt. Aber auch heute, im Jahr 2023, geht sie vor Gericht, um als Frau anerkannt zu werden. Da kommen wir nochmal auf die Story vom Anfang zurück. Der Blog-Artikel, in dem Yanka als Mann bezeichnet wurde. Worum hieß da genau? Da gab es einen Artikel, der ist erschienen auf Julian Reichels Blog. Das ist der ehemalige... Der hat da so einen Blog...